hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ls 19 auf dem pc auf der kernstadt bei drohenden winterchaos hätte ich beinahe gesagt nicht ganz so schlimm ist es noch nicht wir haben zwar gestern noch mal schnell bekommen oder beziehungsweise schneidet es immer noch und außentemperatur technisch gerade stand eben noch minus fünf da ist es minus vier geworden man merkt kaum dass es wärmer geworden ist aber man sieht es auf dem thermometer ja dann müssen wir mal gucken nämlich wir haben jetzt mal hier hinten noch eine bahn lang fräsen vielleicht sollten wir sogar mehr winterdienst hier noch machen dass man überall mehr platz haben soll ich das reicht halt so rum und dann machen wir mal zwangsabladen dann fräsen wir mal hier weiter so dass wir hier hinten anliefern können ja gesagt wir müssen ja dann auch irgendwann mal unsere will hoffentlich hier abholen da sieht man nämlich auch mal ihren tricker können wir jetzt herunterfahren doch das müsste auch noch funktionieren wir werden auch versuchen noch eine zweite spur zu machen erstmal alles aufs nachbargrundstück blasen die fräse funktioniert nämlich auch rückwärts gang hier ja ein teil von unserem schwein haben wir sauber bekommen mal sehen ob sich das auch entsprechend in der anzeige niederschlägt dann dass wir da auch was sehen dass da was sauber geworden ist der strohtrigger ist weitestgehend hier frei wo bleiben wir ja an der portsteigende hängen und nochmal ich wollte nochmal eine runde nach hervorn fahren hier werden wir am besten alles freimachen dass wir hier mit unserem cabrio rauskommen weil momentan sieht es ja so aus dass selbst dort wo wir schon mal gefräst haben auf jeden fall kein neuer schnee hinkommt bleiben aber oft hängen hier jo er rutscht des weges hin keine chance zu lenken so machen wir hier auch großen haufen mal gucken wie lange da liegen bleibt bis es wegtaut ne bis Mitte Herbst ne hoff mal nicht aber wir hätten senken können wir fahren ja hier rückwärts hätten wir es ja auch mit weggenommen rückwärts hätten wir es ja auch mit weggenommen hier zieht die schaufel ein ooooh der arme gerl vier her 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wird schon größer. Beton kann, da können wir nicht drüber nehmen. Die sitzt so tief, die Fräse dann. Und da draußen ist zum Glück unser Grundstück, kann sich niemand beschweren. Nicht, dass einer sagt, wir hätten den Schnee öffnen Nachbargrundstück entsorgt. Und da draußen ist der Grundstück. Und da draußen ist der Grundstück. Und da draußen ist der Grundstück. Ja, und drüben auf dem Hof werden wir auch noch ein bisschen was, denke mal, beräumen. Dann 142.000 hier die erste Leitung an Essig ist nochmal verkauft. Ja, das wird noch mehrere Mal, also noch zweimal so weitergehen. Ja, was wir jetzt natürlich noch gar nicht gemacht haben, nachdem wir die Nacht übersprungen haben. Wir haben noch nicht geguckt, ob sich am Wachstum was getan hat. Klar sind wir schon mal vorbeigefahren in dem Pappelfeld. Also für meine Begriffe sah es nicht so aus, dass ich sowas getan hätte. Ich glaube, das ist alles so geblieben. Meine sind aber eben noch nicht verdorrt. Also die Hoffnung ist noch nicht ganz hinüber, dass es noch erntereif werden könnte. Weil das kann doch sein, das hat sich jetzt geändert. Müssen wir gleich mal schauen. Erst machen wir hier noch ein bisschen Winterdienst. Alles können wir wahrscheinlich gar nicht fräsen. Ja, zack, einmal über den Gartenzaun weg ist er. Dann wird er hängen bleiben, oder? Ne, geht noch. Das geht aber nicht weg. So, hier noch ein bisschen die Einfahrt. Das reicht dann schon. Ja, das auf der Straße kriegt man nicht weg. Ja doch, wenn wir hier die 1,6 Millionen ausgeben, eine Straße kaufen, oder? Das wäre ja auch nicht tun. So, hier noch ein Beitrag zum Haufen. So, wie sieht es hier aus? Ja, nicht fertig geflügt, ist klar. Unkraut steht immer noch. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei Minusgraden kaputt geht, aber hier steht es immer noch. Spätestens im Frühjahr müssen wir spritzen. Das ist ja dann hier Feld 17, Feld 18, wie es uns gehört, 30, 31 und 4. Das ist alles angepflanzt schon. Also, wachstumstechnisch hat sich nichts getan. Leider nicht. Also, bevor nicht hier gelb ist, vorher kaufe ich auch das Feld nicht. Also, das ist dann so. So, gucken wir mal, ob ein Schafen, ob wir da ein bisschen was wegräumen müssten. Ja, doch, wir haben auch hier die Strahle, den Weg nach oben, werden wir auch machen. Ich meine, die Schafe selber schneiden nicht ein. Auch gut so. So, ja, vorne fahren wir auch nicht lang. Wir haben ja fast einen Iglu bauen. Hier noch eine 2, 3. Spur nach oben, das reicht dann schon. Ja, die Feldwege, die wir auch besitzen, die könnte man theoretisch nicht machen. Aber, wir machen bloß hier bei unseren Tieren, hier hinten, machen wir noch ein bisschen Platz. Ich weiß ja nicht, wie lange der Schnee liegen bleibt sonst. So, wie es jetzt aussieht, wettertechnisch, ist ja, geraten wir ja hier im Permafrost. Aber ganz so schlimm wird es hoffentlich nicht werden. So, ja, ich weiß ja nicht, wie lange der Schnee liegen bleibt. So, ja, los hat es noch nicht mehr. So, ja, ich weiß nicht, wie lange der Schnee sind. Soll das vielleicht nicht mehr, oder? So, ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Na ja, können wir ja hinten noch einen Haufen machen. Halt oder ausschalten, sonst machen wir über allen Haufen. Wenn man ja mit der Fräse natürlich auf der Straße fahren könnte, wenn das hier funktionieren würde, praktisch Mission, Nähräumission, das wäre das Gerät nicht das schlechteste. Weil ich kann permanenten Auswurf anschalten, also so hier, zack. Oder dann, wenn ich es immer nehme, die Straße blase und vor allen Dingen überall hin, auch wo es mir nicht gehört, das ist schon nicht verkehrt. Also, wenn ich in meine Region komme, wo ich nichts mache, dann mache ich es halt aus und habe den Punker so ein bisschen als Puffer. Das ist schon nicht so schlecht. Wir wollen deutlich besser, wie die, die wir auf der Oberteil hatten, ne? Das war nun eben, wo hat man sie jetzt hinten dran? Ja, obwohl es ja auch TMC ist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das eine Firma ist. So, das reicht hier. Dann nehmen wir hier noch eine Reihe weg. Aber eigentlich brauchen wir das auch fast nicht hier. Ja, wir werden unten keine, noch keine Wolle auslagern müssen. Wir können höchstens hier die Trigger noch frei machen. Nicht, dass wir sonst nicht füttern können hier. Wir können höchstens hier die Trigger noch frei machen. Also, höhere Kinder helfen nicht nun. Ich schließe die Trigger noch frei. Jetzt schließe mich ungefähr. So, da sollte erstmal weites gehen. Damit reicht, dass wir uns hier normal bewegen können. Wenn wir hier hinter... hinter... Schüllebecken noch blasen hier. Ja, BGA-Gelände müssen wir gar nichts machen. Selbst wenn wir dort die Gärreste abholen würden, dann denke ich mal, wird man auch so durchkommen. Dann müssen wir... Uiuiui. Nichts machen. Auf jeden Fall hat es erstmal aufgehört zu schneiden. Das ist schon mal viel wert, ne? Müssen wir das hier freiräumen? Ah, ich hoffe mal, bevor wir Düngen fahren, dass dann hier schon wieder getaut ist, ne? Obwohl das dauern kann, ne? Das ist noch nicht raus, dass da schnell geht. Hier die Einfahrt werden wir mal noch machen. Achso, ne, hat man ja dort lang. Das war es dann jetzt. Das war wenn man ja hier aufhört. Das war es... Das war... Das war sehr. Das war. davon hat man doch glaube ich auch schon genug gemacht oder ja das ist mehr müssen wir nicht machen dass wir so funktionieren da hat man es noch mal ab hier mit so schneefräse lassen wir auch noch ein trecker dran so als drohung ein bisschen für den schnee nicht wieder kommt obwohl es ja wettertechnisch also ist jetzt hier passiert ja sind 87 prozent bloß noch verschmutzt alles hat was gebracht und sieht ja hier so aus dass es 15 18 21 uhr weiter schneit ist ja katastrophe ja ich glaube wir versinken im schnee das war noch mal eine ladung essig so den hat mir her geschickt wir machen auch eins erst wieder wir rutschen zwar hier als hier räume ich nicht bei den produktionen das muss so gehen laden mal hier wieder retterpaletten auf wohl die map lagern die um ja und dann so wie es aussieht muss man hierbei bestimmt mal ein holz kaufen beziehungsweise können wir mal gucken das haben wir ja gesagt dass man kein holz weiter weil der einkauf der ist relativ moderat wo war denn hier ein trigger hier war einer oder ich sehe auch nicht hier 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 und zwar baumstämme werden wir jetzt komplett voll kaufen 1,9 million also 1,9 million liter für 587.000 hätten wir ewige zeiten ruhe ist richtig aber das ist mir dann doch heftig und wir werden aber ja hier so wenn man nicht der finger frei einschläft dann wenigstens hier so 50.000 liter dazukaufen jetzt wollte ich mal was probieren nee das geht nicht ne so die kaufen wir auf jeden fall dazu hier für 15.000 da haben wir 120.000 liter drin das reicht schon ein stück wenn er selbst bäume anpflanzen bringt nichts möchte ich mir mit dieses äh hat jeder holzwurm gefressen bevor sie groß geworden sind wenn der burgenkäfer überhaupt was übrig gelassen hätte so mit den letzten paletten haben wir ja ähm römerungfabrik und ähm na konsernfabrik versorgt dann wären wir mit den paletten ja auf alle fälle ähm so römerungfabrik und schuh draus noch mal ein nee gut äh tabak haben wir sowieso keinen bevor wir neuen tabak brauchen das dauert noch eine ewigkeit ne eine halbe eine ganze da habe ich natürlich einen blödsinn eingestellt ähm wir müssen hier umstellen auf palette tabak müssen wir nichts hinbringen werden wir eher noch die anderen ein bisschen abklabbern hier aber gut wir haben eigentlich überall nichts mehr drin ne ähm fahren wir auch nicht weg lassen wir einfach hier stehen die stellen wir hier drüben an der seite hin denn das ist jetzt da irgendwas zu verteilen das bringt es nicht wir werden aber ein teil paletten mitnehmen ähm ähm denn ich möchte meinen dass in der gerberei ihr haut komplett verarbeitet wurde das kann ich mir eigentlich gut vorstellen dass das passiert ist das reicht und zwölf paletten das reicht erstmal ein stück war hier total abgelenkt hier war hier total abgelenkt hier und oben ist bei der wettervorhersage ist es leider schon zu sehen der nächste schnee also ich denke mal wir versinken ja noch im schnee oder droht schnee chaos irgend sowas hier steht geld rum ja genau so wo ist überhaupt der andere lkw der steht oben an den essig weder beläde sich grad ähm genau er belädt sich grad das ist dann glaube ich die letzte tour die er dann machen würde da müssen wir dann mal gucken wir werden jetzt hier noch eine gerberei fahren gucken was dort an leder steht und wir haben tja lederpreis technisch sieht es eben so aus dass wir für das leder momentan 2000 quatsch das war das fischfutter für das leder kriegt man ja 3100 steigend 2000 ne für die schuhe kriegen wir ja nur 2000 also müsst ihr ja aus einer palette schuhe leder aber wenn schuhe ein drittel weniger kriegen mindestens 1,5 paletten also anderthalb palette schuhe raus kommen weil sonst lohnt sich's nicht denn wir müssen ja auch unsere lehrpalette müssen wir ja auch hinbringen ne oh gestelle sind auch schon noch voll also es ist reichlich da ne so hier gerberei steht natürlich komplett voll ähm dann machen wir mal noch eins hier ne das machen wir erst dann am dienstag wir gucken mal noch kurz also das sehen wir ja schon fort äh tierhaut ist noch 2000 liter da also werden wir uns hier 2 paletten krallen und müssten ja minimum 3 paletten schuhe kriegen ansonsten lohnt sich das nicht aber wie gesagt die 2 paletten die werden wir uns dann äh morgen aufladen denn wir brauchen ja auch noch machen wir aber auch morgen dann ähm wir brauchen ja dann hier oben noch ein Grundstück die Bekleidungsfabrik hier drüben ne hier die müssen wir ja noch kaufen aber wie gesagt das werden wir morgen machen ich sag mal vielen dank fürs einschalten würd mich natürlich freuen wenn ihr morgen wieder reinschaltet bis dahin und tschüss